Hallo und herzlich willkommen von der Trompeter Denimflächen im Wohlfühlmodehaus Wittermeier in Wiedernau. Ich möchte euch heute die Frühlingskollektion zeigen, die schon gekommen ist. Zum Beispiel ganz schön wieder solche Sweaties gibt es in hellblau oder auch in den schönen grünen, die wir es hier rüben haben. Und wie mein Outfit schön kombiniert werden kann oder mal gewechselt werden kann, zeige ich euch jetzt auch gleich. Da haben wir zum Beispiel schon wieder die Skisjacken da, die einfach im Frühling und Sommer überall gut dazu passen. Die kosten 49,99 Euro. Oder was total cool zu dem Outfit ausschaut, ist die Grobstrickjacke mit den großen Knöpfen. Ja, wir würden uns über euren Besuch in Wiedermeier, in Wiedernau, Braunau, Wattekuchen oder Ried freuen oder schaut einfach in den Onlineshop vorbei. Da kann man die Sachen auch alle kaufen. Bis zum nächsten Mal.